Guten Tag, willkommen zurück zu Forza Horizon 5, heute mit dem 2013er Toyota GT86, diesen Waren werde ich euch heute präsentieren. Wir werden ihn über die Teststrecke fahren und uns im Tuning natürlich auch so ein bisschen austoben mit dem Wegeschenk hier. Und ich fahre den heute nicht so ganz ohne Grund, nicht nur weil ich mal Bock hatte, einen GT86 auszufahren, sondern weil tatsächlich heute, wenn das Video hier erscheint, der Nachfolger ins Spiel kommt, der GR86. Und deswegen dachte ich mir, komm, gucken wir uns doch vorher mal das Vorgängermodell an, der ja auch auf jeden Fall ein sehr cooler Wagen ist und ein Wagen, bei dem mir jetzt erst klar wird, dass der mittlerweile 10 Jahre alt ist. Alter Schwede, das ist heftig. Rein optisch, erstmal ein cooles Fahrzeug, wie ich persönlich finde. Also ich mag ihn sehr in der Optik. Gerade auch hier der Flügel hinten, dieses kleine Aggregat hier. Also es ist auf jeden Fall ein süßer kleiner Sportwagen. Und ich bin ja auf jeden Fall, wie ihr wisst, ein Fan von so kleinen Sportwägelchen. Der GT86 gehört auf jeden Fall komplett mit dazu. Wir gucken unter die Haube. Sehen dann, dass da auch schon Boxer draufsteht. Da steht Toyota und Subaru drauf. Wo kommt das denn nur her? Naja, ich denke mal, das ist so eine Story, die jeder weiß mittlerweile, dass dieser Wagen hier ein Schwesterfahrzeug hat und zwar aus dem Hause Subaru. Ich glaube, ich habe da gerade keinen mehr, der stock ist. Ne, ich habe einen, der aber relativ stock aussieht. Mit ein paar wenigen Ausnahmen. Genau, und zwar dieser hier nämlich. Ja, wie gesagt, das hält sich sehr, sehr ähnlich, die beiden Fahrzeuge, wie man sieht. Und dazu gleich natürlich nochmal ein bisschen mehr, wenn wir dann zu den Informationen zu diesem Wagen kommen. Ich komme jetzt erstmal wieder rein in den GT86. Der hier im Spiel nur 86 heißt. Er hat, glaube ich, auch ab und zu mal die Bezeichnung 86. Ich nenne ihn persönlich immer GT86, weil Toyota 86 klingt irgendwie nicht ganz so schick, muss ich persönlich sagen. Wir setzen uns rein in den Wagen, sehen dann auch ein Interieur. Was an sich ganz nett aussieht, auf jeden Fall schön sportlich gehalten, definitiv. Also finde ich nicht schlecht. Der Schaltknüppel ist ein bisschen weird, finde ich persönlich. Auch ein bisschen groß geraten. Aber ansonsten auf jeden Fall fühle ich mich hier ganz wohl. Ich würde sagen, wir starten ihn mal. Klingt sehr nice. Wir fahren ein paar Meter mit dem GT86. Und ich erzähle euch heute jetzt ein bisschen was natürlich zu dem Wagen. Wie haben wir den Toyota GT86 aus dem Jahre 2013? Unter Daube steckt ein 2,0 Liter Vierzylinder Boxermotor, wie wir gerade schon gesehen haben. Welcher hat 200 PS sowie 205 Newtonmeter. Drehung mit Ausspruch auf ein Deckgewicht von knapp 1,25 Tonnen. Von nur noch 100 geht der Wagen in 7,6 Sekunden. Die Top Speed ist bei 226 kmh erreicht. Preislich lag der Wagen damals bei etwa 29.000 Euro. Und die Entstehungsgeschichte hinter dem Wagen ist an sich so simpel, wie sie sein kann. Toyota wollte einfach wieder einen Sportwagen haben. Toyota hatte von den 80ern bis 90ern und auch in die frühen 2000er rein zumindest. Sehr, sehr viele verschiedene sportliche Modelle. Supra als Beispiel, MR2, Celica, Angelica. Sowas in die Richtung eben. Da hatten sie aber irgendwann gar nichts mehr in die Richtung. Und sie wollten einfach mal einen neuen Sportwagen haben. Und wollten das Ganze aber nicht komplett alleine durchziehen. Haben sich deswegen Subaru reingeholt. Und mit Subaru eben hier den GT86 und den BRZ entwickelt. Der Boxermotor stand dementsprechend zum Großteil von Subaru eben. Boxermotoren haben natürlich den Vorteil, einen tieferen Schwerpunkt zu haben. Dementsprechend kommt man dadurch auf ein etwas besseres Handling. Was gerade für so ein kleines Sportwägelchen natürlich eine sehr, sehr feine Sache ist. Der Wagen hat natürlich auch so ein paar allgemeine Identitätsprobleme, sage ich mal. Denn es gibt von diesem Wagen hier keine schärfere Version. Es gab vom BRZ den BRZ TS. Allerdings gab es jetzt eben hier vom BRZ, äh vom GT86 80 eben nichts krasseres. Und das ist dann so ein bisschen ein Problem, wenn du hier einen Wagen hast, der nirgendwo wirklich positiv hervorsticht. In keiner Kategorie wirklich der Beste ist, sondern überall halt gut. Das sorgt letztendlich irgendwo dafür, dass der Wagen vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Und das ist mir auch schon aufgefallen tatsächlich. Ich glaube, wenn der nicht Teil von so ziemlich jedem Videospiel aller Zeiten wäre, dann würde ich mich an die beiden Fahrzeuge und natürlich auch den Zeilen FRS, der gehört auch noch mit rein, in dieses Trio eben, wahrscheinlich gar nicht mehr so sehr dran erinnern tatsächlich. Weil letztendlich muss man einfach sagen, 200 PS für den Sportwagen ist jetzt nicht so dramatisch viel, ehrlicherweise. Also da gibt es teilweise wirklich, ja, Hedgebacks, die mehr Leistung haben. Und dementsprechend auch dann insgesamt trotzdem sehr viel sportlicher sind. Klar, der Preis, wie gesagt, unter 30.000 Euro ist ein sehr, sehr guter Preis. Definitiv, aber für den Sportwagen haut das jetzt niemanden so vom Hocker, muss ich persönlich sagen. Also der Wagen lebt wahrscheinlich schon irgendwo auch ein bisschen mehr davon, was man eben mit ihm so machen kann. Dass man eben mit ein paar wenigen Kniffen ihn doch zu einem sehr schönen Sportwegchen umbauen kann. Aber so in der Form, weiß ich nicht, ist das so ein bisschen am Ziel vorbei, würde ich persönlich sagen. Also auch den Vorsatz beispielsweise, er ist halt in der C-Klasse. Das ist jetzt nicht so dramatisch stark tatsächlich, das hält sich doch sehr in Grenzen. Und ja, auch das Excitement, wenn man eben hier fährt, weiß ich nicht. Also, ich werde auf der Teststrecke gleich einfach ein bisschen mehr zum Handling und so weiter auch sagen. Aber im ersten Moment kann ich jetzt direkt mal schon mal vorwegnehmen. Emotionen holt dir jetzt nicht so Kase hervor, sage ich wie es ist. Aber wie gesagt, zu mehr zum Handling, Fahrweg und so weiter, bremsen, kommen wir jetzt, wenn wir den Wagen auf die Teststrecke bewegen. Denn genau dort gehen wir jetzt hin. Damit steht der GT-86 an der Startlinie und fährt hier los und braucht dann auch ein bisschen auf die 100 kmh. Schafft es allerdings ein bisschen schneller als die reale Angabe. Was ja dann auch schon mal eine feine Sache ist, aber ja, die Bestäunigung ist halt, sagen wir mal mittelmäßig. Sagen wir mal auf jeden Fall mittelmäßig. Die Bremsleistung jetzt so, zumindest wenn man auf die erste Kurma-Zug bremst, auf diese sehr harte Bremszone ist okay. Auch da die Bremse sehr ruhig auf jeden Fall, aber jetzt auch nichts wirklich, was mir da vom Bock gereist. Das Fahrweg ist, würde ich sagen, noch so mit der beste Aspekt an dem Fahrzeug. Also das ist so das sportlichste, definitiv. Ähm, und dementsprechend auch sehr, sehr sportlich ausgelegt. Also das Fahrweg macht auf jeden Fall schon einiges her, definitiv. Ähm, die Problematik am Fahrweg ist für mich so ein bisschen, dass ich mir halt irgendwo denke, okay, wir sind halt jetzt insgesamt bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten unterwegs. Und ich glaube halt, wenn wir ein bisschen mehr Power in dem Fahrzeug hätten, dann wäre das Fahrweg jetzt auch nicht so beeindruckend. Also es ist für das Wasser, ist auf jeden Fall sehr gut. Aber rein auf das Fahrweg betrachtet ist auch da noch viel Luft nach oben. Und das ist aber genau das, was auch viele reale Magazine gesagt haben. Das setzt sich hier halt im Spiel auch 1 zu 1 um. Der Wagen ist gut, der ist in jedem Aspekt gut bis okay. Aber er ist nirgendwo wirklich überragend. Und das macht es halt ein bisschen schwierig, weil du hast den Wagen, der zumindest auch rein optisch wirklich in die Sportwagenrichtung reingeht. Ähm, das Ganze allerdings nirgendwo wirklich vernünftig umsetzt. Wie gesagt, auch beim Fahrweg war es für mich so der sportlichste Aspekt an diesem Auto ist. Selbst da würde ich sagen, gib ihm 40 PS mehr und dann haben wir auf einmal schon Probleme in etwas schnelleren Kurven. Also das ist, wie gesagt, alles hier nicht ganz optimal gelöst. Ähm, und ich verstehe dann auch den Gedanken hinter dem Wagen nicht so sehr. Vielleicht wollte man einfach so einen bezahlbaren Sportwagen auf die Beine stellen. Ähm, das kann eventuell ein Beweggrund dafür sein. Und da hat es dann wahrscheinlich auch funktioniert. Aber, wie gesagt, er haut mich jetzt hier in dem Zustand echt nicht aus den Socken. Das definitiv nicht. Auch hier jetzt, also er quält sich halt jetzt gerade auf 150 hoch. Das ist eigentlich schon kriminell, den Wagen Sportwagen zu nennen. Wenn wir das mal wirklich jetzt komplett nüchtern betrachten. Also da... Weiß ich jetzt nicht, ob ich da somit übereinstimme mit der Bezeichnung tatsächlich. Die Frage ist, was ist er sonst? Aber ja, wir werden dann natürlich auch gucken in der morgigen Folge dann, ob der GR86 mir da vielleicht ein bisschen mehr die Augen öffnet und vielleicht den GT86 dann auch ein bisschen schöner insgesamt am Ende dastehen. Das kann ja sein. Er kommt mit 205 kmh über die Ziellinie. Er ist jetzt eine Zeit von 3 Minuten 2652 und er hat jetzt damit echt nicht so die überragende Zeit, muss man sagen. Sie sortiert sich ein bei Mazda 323 GTR. Bisschen schneller als der Chevrolet Camaro Supersport Coupé aus den 70ern, beziehungsweise der sogar noch aus den 60ern. Und wenn ich mir halt angucke, dass sogar ein Toyota Supra im Café, den wir vor ein paar Folgen ausgefahren sind, achteinhalb Sekunden schneller ist, dann bin ich mir jetzt ehrlicherweise nicht so ganz sicher, was genau hier der Sinn des Wagens war. Vielleicht ist es wirklich einfach nur der Sinn, einen Wagen zu bauen, der Spaß macht zu fahren, der mehr Spaß macht zu fahren als ein BMW 328i oder so oder 328d, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich verstehe das Konzept hier gerade nicht. Ich verstehe es wirklich einfach nicht. Soll es ein Einsteiger-Sportwagen sein? Potenziell. Ich würde aber sagen, selbst dann ist die Leistung, die er hier hat, insgesamt sehr enttäuschend. Wie gesagt, ich persönlich habe jetzt nicht wirklich viel Spaß, ihn zu fahren. Er ist halt okay. Das ist so für mich der große Knackpunkt. Ich habe jetzt nicht irgendwie diesen einen Punkt, wo der Wagen exciting ist. Das existiert einfach nicht beim GT86. Finde ich sehr schade, weil das gehört für mich doch irgendwo mit dazu bei einem Sportwagen. Und das existiert hier nicht wirklich. Wenn wir rangehen, wir gehen ins Tuning und gucken mal, was wir machen können überhaupt. Aber wie gesagt, im Serienzustand, wir sind enttäuschend. Wir sind enttäuschend. Wir haben ein paar Motorsports. Wir haben einen BMW Inline-6. Wir haben einen Subaru-Motor. LS. Klar, natürlich. Turbo Rally. GT3 RS. Natürlich. Rhein-Sechst in der Turbo. Und 458. Warum haben wir einen 458-Motor zur Auswahl? Aufgrund des Toyota GT4586 hießer, glaube ich. Was ein Projekt war von, ich weiß nicht wem. Auf jeden Fall nicht von Toyota selber. Wo man im Prinzip einen Drift GT86 mit einem Ferrari 458-Motor aufgebaut hat. Sehr, sehr coole Sache, dass wir hier jetzt auch den Ferrari-Motor als Swap zur Verfügung haben. Ich glaube, eine Sache, die ihn schon mal ein bisschen spannender machen kann, ist ein Turbo. Er kriegt ein Turbo. Kriegt er ein Rocket Bunny-Kit? Weiß ich nicht. Wir gucken erst mal die anderen Teile an. Weil er hat auf jeden Fall ein paar Amorteile. Sea West haben wir hier. Das geht ein bisschen in die RX-8-Richtung, finde ich persönlich. Das ist halt schick. Das Ding ist aber halt, das hatten wir schon auf dem BRZ drauf. Zu dem es, glaube ich, schon eine Folge gab. Warte mal, war das innerhalb einer LP-Folge oder war das außerhalb einer LP-Folge? Lass mich das mal ganz kurz überprüfen. Ich habe ja eine schöne Liste dafür. Ähm, okay, nee, das war scheinbar nicht in einer LP-Folge mit dem BRZ. Ja, dann würde ich doch mal sagen, können wir das mal drauf machen. Weil das nimmt halt für mich wirklich die schönen Elemente vom GT-86 mit. Definitiv. Ähm, im Flügel, ja, Big Country Labs auf jeden Fall. Äh, würde ich sagen, ja, kriegt er so einen minimal größeren Flügel hinten dran. Äh. Ah. Warte mal, war das hier vorne? Garageberry. Okay, ich finde das hier nicht schlecht. Auch hier wieder so ein paar schickere Elemente dran. Und wenn wir jetzt noch einen schönen Seitenschwerter hinkriegen. Ja, das passt einigermaßen. Finde ich irgendwie. Was mir hier gerade nicht passt, ist, dass der so rausgeht unten. Was aber halt hinten passen würde. Der Unterschied ist halt nur, hinten passt es mit der Karosserie-Linie, weil der nicht einfach... Der ist halt nicht abgeschnitten, wie das beim Seitenschwerter jetzt hinten der Fall ist. Sondern der ist eine leichte Linie noch dabei. Das ist hier leider nicht der Fall. Ne, ich... Ja, ich müsste eigentlich was machen, damit die Tiefe vom Fahrzeug passt. Okay, komm, wir ignorieren einfach diese eine Linie, die er hat. Jetzt an der Seite, auch wenn es verdammt schwierig ist. Und dann passt das einigermaßen. Wobei ich auch echt cool zur Vorbinie, um einfach das Rocket Bunny Kit zu geben, ne. Weil das halt auch sehr geil aussieht, finde ich. Machen wir einen Rocket Bunny Wagen draus. Kriegst du einen Rocket Bunny Kit? Nein, kriegst du nicht. Du kriegst einen Rocket Bunny Kit... Wenn wir dich mal zum Drifter aufbauen. Dann kriegst du einen Rocket Bunny. Vorher jetzt mal nicht. Er hat halt nicht mal Straßenreifen, ne. Eieiei, okay. Ja, Sportreifen kriegst du auf jeden Fall. 255er vorne. 275... Ja, 285er hinten. Mit den Felgen würde ich mich nach einem Design auseinandersetzen, wenn wir da was haben. Was Schönes. Kupplung, Getriebe, gehen wir auf einen 6-Gang, komm. Müssen ja nicht immer 7-Gänge sein. Auch wenn 7-Gang für mich schon irgendwo der Standard geworden ist mittlerweile. Er hat halt nicht mal... Nicht mal einen Straßenfahrweg. Also... Ja, wie gesagt, weird irgendwie. Der Wagen, ein bisschen weird im Grundkonzept. Auf 1,1 Ton geht er runter. Und so viel Power braucht er dann gar nicht mehr, glaube ich. Ein bisschen was aber schon. Hm... Ja, 3,40. 3,40 klingt vernünftig. 3,40 klingt soweit vernünftig. Ich hab mir halt echt was zusammengeschustert, ne? Garage ready vorne. Den Flügel hinten. Ach cool, immerhin schon... Immer in der Flügel und die... Der Heckschussfänger passen zusammen. Ja, wie gesagt, das passt leider noch so echt mit am besten. Ja, komm. Auch wenn es nicht das Schönste ist, wir lassen es mal so. Nicht die eleganteste Lösung, aber eine Lösung. Das Motto von meiner Partei. Wenn ich in die Politik gehe. Nicht die eleganteste Lösung, aber immerhin eine Flügel. So, wir gucken mal nach Liverys. Wird wahrscheinlich, ja, wie wir hier sehen, sehr viel... Aus Bodykit getrimmt sein. Ähm... Wait, Starleinstellung. Aktuelles Auto jetzt. Aber wir haben doch vielleicht irgendwas... Was relativ schlicht aussieht. Sowas hier zum Beispiel... Hm... Das denn? Okay, wild. Ich würde mir das hier mal ganz gerne angucken. Wie das aussieht. Aber im ersten... Auf den ersten Blick gar nicht schlecht. Ich sehe hinten schon mal schwarze Elemente. Auf Kofferraum und auf dem Flügel. Ja, doch. Schick. Schick. Kann man machen. Kann man machen, auf jeden Fall. Warte mal. Wieso haben wir hinten weiße Punkte? Ist das auf eine andere... Auf eine andere Schütze ausgelegt? Ne. Okay, keine Ahnung. Ich finde das Design overall ganz schick. Deswegen nehme ich das hinten mal im Kauf. Genau, dann jetzt noch andere Felgen. Hätte ich ganz gerne. Gott sei Dank die... Ne, die sind nicht lackiert. Scheiße. Also ich muss jetzt echt noch Felgen finden, die... Von der Farbe her gut passen auch noch. Oh Gott. Ja, das wird eine Aufgabe jetzt. Weil ich kann die Felgen nicht umlackieren. Das funktioniert leider nicht. Das wird eine Aufgabe. Ich meine, es gibt immerhin ein paar Marken schon mal, die ich relativ überspringen kann. Tatsächlich. Die haben was, finde ich. Die habe ich noch nie auf einem Auto drauf gehabt. Aber wenn ich da jetzt vielleicht 18 Zoll Felgen draus mache. Finde ich die nicht schlecht. Ja. Nehmen wir so. Nehmen wir ganz gerne so. Perfekt. Boah, der sieht schon jetzt echt nicht schlecht aus, finde ich. Hart war es auf jeden Fall. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt auf den GR 86, den wir jetzt morgen reinbekommen werden. Ich bin auch mal sehr gespannt, ob wir dann in den nächsten Monaten vielleicht auch den GR Jahres sehen werden. Dass wir dann wirklich so das Trio von GR Supra, GR 86 und GR Jahres kompletieren in Force Horizon 5. Fände ich sehr schick tatsächlich. Müssen wir aber abwarten einfach. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr egal, weil der GR Jahres ist halt wirklich so einer der Wagen, der wurde vorgestellt und alle haben sich gedacht, what the fuck habt ihr getan, Toyota? Was halt so gar nicht das Image von Toyota ist. Wie gesagt, Toyota ist eigentlich in den 2000ern eher bekannt geworden durch ihre einfach unkaputtbaren Fahrzeuge. Die Sportlichkeit haben sie wirklich eher beiseite gelegt. Das haben sie dann wirklich mit dem GR Jahres, kann man sagen, wieder so angefangen zurückzuholen. Dann kam ja der Supra hinterher, dann kam der GR 86 hinterher, der jetzt ja doch ein gutes Stück sportlicher sein soll als der GT 86. Und deswegen wäre es schon cool, wenn wir den Jahres auch noch drinnen hätten auf jeden Fall. Ich würde gerne direkt mal ins Tuning reingehen, weil ich doch ein paar Sachen gerne hätte. Ich hätte zum Beispiel gerne das Getriebe ein bisschen kürzer. Weichere Stabbis an der Front, weil wir hatten jetzt schon teilweise zu krasses Untersteuern. Und die Bremse einfach schon mal prophylaktisch eingestellt. Bremse halt auch ein bisschen schon mal eingestellt. So, jetzt können wir. Ich frage mich jetzt aber dann gerade echt, woher der BRZ kommt, den ich mir aufgebaut hatte. Wenn er nicht aus dem LP kam. Was Sinn ergibt irgendwo, weil... Im LP bin ich glaube ich auf der Straße nur einen Subaru bisher ausgefallen. Und das war der... Der ST209. Kommt der vielleicht dann aus dem Tuning-Stream? Das wäre möglich. Den GT86 bin ich auch schon mal in CVR ausgefahren, wenn mich nicht alles täuscht. Ich kann mich nur in die vorigen Themen ändern. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ich mal einen GT86 in CVR gefahren bin. Weil das ist halt so ein bisschen der Vorteil jetzt an ihm. Dadurch, dass er eine C-Klasse ist, kannst du halt super viel mit ihm machen. Und halt echt was Sportliches daraus bauen. Weil du halt viele Möglichkeiten einfach hast. Also, das ist halt echt... Das ist halt echt... Dadurch, dass er so... Ja, ein Stück weit schon enttäuschend ist in der Realität. In dem, was er ist, kannst du halt wirklich... Du kannst sehr viel selber machen. Das ist schon mal eine feine Sache. Wie gesagt, ich bin ein bisschen schockiert darüber... Oh Gott, dass wir so viel Untersteuern haben. Nein, ich bin ein bisschen schockiert darüber, dass der Wagen mittlerweile wirklich 10 Jahre alt ist. Weil ich finde ehrlich, das Design von dem Auto ist immer noch modern. Also, dass jetzt nicht irgendwie ein BMW, wo ich beispielsweise jetzt sagen würde, 2013 ein Modell... Ja gut, siehst du schon, dass der ein paar Jahre älter ist. Dass das die alte BMW-Optik ist. Das habe ich hier überhaupt nicht. Also, wie gesagt, der ist für mich persönlich immer noch modern. Ich bin aber, wie gesagt, sehr gespannt auf den GR86 allein. Was überhaupt mit ihm alles möglich ist, eventuell zu machen. Er soll ja ein Bodykit haben. Ich weiß jetzt noch nicht welches, aber... Er soll auf jeden Fall ein Bodykit haben. Und vielleicht bauen wir da dann ja eine 400 PS Maschine draus. Weiß ich nicht. Gucken wir mal. Das werde ich dann in der Folge morgen etwas spontaner entscheiden. Also, hier gibt es auf jeden Fall noch ein, zwei Sachen, die nicht so wirklich passen. Die Problematik ist für mich gerade rauszufinden, wie viel davon auf die nasse Fahrbahn zurückzuführen ist. Aber gerade das Untersteuern in der schnellen Kurve muss auf jeden Fall nochmal reduziert werden. Das geht am einfachsten mit Zemi-Slicks, klar. Aber ich sag mal, da, wo wir uns gerade befinden sind, Sportreifen halt... Auch noch absolut fein, definitiv. Also, da braucht man jetzt nicht unbedingt Zemi-Slicks in der A-Klasse drin. Bei 360 PS oder was wir jetzt haben, also... Oder 340. Das muss nicht sein. Wir haben immerhin die schnellste Runde. Wenn auch knapp. Der SLK war nah dran, aber wir haben die schnellste Runde. Gibt einen Bonuspunkt, wie wir wissen. Jaja, absolut. Lass ich mal gucken. Reifendruck hinten nochmal ein bisschen runter. Da habe ich es vorne nochmal ein bisschen weicher, hinten einen Tacken härter. Dann dürfen nochmal ein bisschen mehr aneinander angeglichen werden. Genauso wie die Dämpfer sich gerne mal kurz umdrehen dürfen von der Einstellung. Dürfte das Untersteuern nochmal ein bisschen mehr rausbringen. Und... Ja, der Frenz hat nochmal einen Tacken mehr öffnen. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht zu viel Übersteuern haben. Aber ich glaube nicht, ehrlicherweise. Ich glaube, das passt ganz gut. Rallye. Ich meine, hey, vom BRZ haben wir eine Rallye-Version gebaut. Die mir sehr gut gefallen hat auf der Rallye Adventure Expansion damals. Weil er ja die Zusatzscheinwerke bekommen hat. Was auch so weird war. Ist so echt einer der wenigen Wagen gewesen, der die Teile bekommen hat, wo ich bedachte, what? Warum? Aber... Der ist ja gut auf jeden Fall. Und unterscheidet jetzt halt den BRZ und GT86 zumindest hier im Spiel nochmal ein bisschen mehr voneinander. Weil wir halt einfach jetzt doch zumindest ein paar Tuning-Unterschiede haben. Es wäre witzig, wenn der Sion FRS noch reinkommen würde. Wie gesagt, Sion ist ja eine Marke, die ein bisschen eine weirde Story hat tatsächlich. Die haben ja 1 zu 1 Toyota-Modelle importiert. In die USA, meine ich. Ich glaube, das war deren Story. Ähm... Und die eben als Sion-Fahrzeuge verkauft. Was dann mit Lexus ein bisschen irritierend war. Aber nee, ich glaube, das war so der Gedanke hinter Sion auf jeden Fall. Die gibt's ja nicht mehr. Aber die hatten auf jeden Fall auch den... Den Sion FRS, der im Prinzip auch baugleich war zum BRZ und zum GT86. Es wäre schon witzig, wenn der irgendwie reinkommen würde. Ich muss sagen, allgemein... Ich finde es schade, dass wir den Sion TC nicht drin haben. Es wurde ja damals, als Toyota angekündigt wurde für Horizon 4... Dass die zurückkommen würden... Zurückkommen werden hatte... Ich weiß nicht, wer es war. Aber jemand hatte gesagt, auf jeden Fall, ähm... Im Livestream, in dem darauffolgenden Livestream... Dass man ja ganz happy ist. Dass jetzt mehr Modelle wieder reinkommen. Dass die Modelle von Toyota und Lexus eben zurückkommen. Und auch Sion natürlich. Dass die auch wieder dabei sein werden. Und wir haben jetzt bisher aber noch nichts von Sion gesehen weiter. Finde ich schade, tatsächlich. Aber klar, ist jetzt auch, denke ich mal, nichts, wo... Die Leute groß danach schreien, schätze ich jetzt mal. Ich glaube, dass es halt, ne... Wenn jetzt ein Sion FAS reinkommen würde... Würde der nichts krasses ins Spiel reinbringen. Da müsste man sich echt ein paar Teile überlegen, die die anderen beiden nicht haben. Ich glaube, der Sion TC wäre so der einzige... Wo ich auch sagen würde, ja, der wäre richtig nice. Aber ganz ehrlich, der wäre halt auch richtig nice. Vielleicht kommen sie ja irgendwann. Man weiß es nicht. Allgemein bin ich erstmal happy, dass wir mit dem nächsten Update dann endlich mal wieder soweit... Alle Marken im Spiel haben. Und da jetzt nichts irgendwie... Großes fehlt. Ey, wir haben jetzt drei Forza Horizon-Teile gehabt, wo am Anfang irgendwas gefehlt hat. In Horizon 3 damals VW. Was ja nie zurückkam in Horizon 3. In Horizon 4 Toyota. Die ja dann immerhin zurückgekommen sind. Genauso wie Zubishi. Die haben ja auch am Anfang gefehlt. Und jetzt in Horizon 5 eben die Stellantis Fiat Modelle. Die jetzt ja irgendwann wieder zurückkommen. In Horizon 6 müsste das dann irgendeine US-Marke sein. Irgendwie Chevy oder so. Auf Gottes Willen, bitte nicht. Dann gibt es aber Stress hier, wenn Chevrolet fehlt. Kann ich mir nicht vorstellen, weil... GM ist irgendwie aktuell sehr offen bei Forza, muss man sagen. Gerade bei Motorsport. Was die Modelle angeht. Und deswegen hoffe ich auch, dass wir eine Corvette Z06 noch bekommen werden. Und man die nicht einfach überspringt. Aber allgemein... Stimmt schon, wir haben leider irgendwie in Horizon 5 bisher sehr wenig Chevrolet bekommen. Ich glaube zwei Modelle bisher. Das ist nicht so viel. Also wann Chevrolet Update. Hey, ich würde es fühlen. Z06, Silverado, paar ältere Modelle. Vielleicht ein Chevy Volt. Why not? Ganz ehrlich, sehe ich nicht, was da großartig ein Problem dran ist. Aber gut, ich bin gerade ein bisschen vom Wagen abgeschwiffen. Fährt sich sehr nice auf jeden Fall. Immer noch ein bisschen schwer, sag ich mal, fühlt er sich an. Ich glaube, das liegt an den Sportreifen einfach. Mit Z06 wäre er nochmal besser. Aber insgesamt auf jeden Fall macht er sehr viel Spaß zu fahren. Ich würde sagen, meine Damen und Herren, das wäre es mit dieser Ausgabe dann gewesen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über ein deutliches Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.